Der Dacia, den wir hier sehen, bietet jede Menge Platz und praktische Möglichkeiten. Der Antrieb wird von einem Benzinmotor geleistet und einem manuellen Getriebe. In diesem Dacia verfügen Sie über einen Bordcomputer, eine Klimaanlage und Zentralverriegelung. Sind Sie neugierig geworden? Dann rufen Sie uns schnell an, um sich das Auto anzusehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017